Musik 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 Very good Very good Hast du lange? Luft, junger Luft Soll ich dich ein wenig anfächeln Musik 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 Meg Colonel Mama Krass wie? Ich habe die Kamera auf der Kamera aufregend 100 Framesxflasinstatt 25 Das ist einfach Zeitlupe passend auf einen Song Oh, aber das ist eigentlich nicht eine Zeitlupe passend auf einen Song Sondern es ist eine Zeitlupe Man kann es nachher in ein langsamer Lab spielen sich zu Boden Deutsch бо- Aber es hier ist deristan ein opportunities 4K, das ist halt nur noch ein Full HD. Aber jetzt war wieder 4K. Nein, das geht gar nicht. Die Qualitätsoften. Ja, ich mach das nochmal. Ich will den Song anmachen. Hier lassen wir den Track an. Wie ist die Büsse? Boxen? Ja, das ist jetzt PA. Das ist unsere Trusted hier. Hier, was man so für den Tag braucht. Irgendjemand hat schon Bier da reingestellt. Ich weiss nicht wer. Das ist schon dort. Wir sind mal nicht schuld, aber schönes Quälter. Ja, Chips, Weissbrot, Snacks. Zimtwasser von hier. Die ganze Leichtshow von der Linland hinten. Eine Leichtshow an diesem Punkt hat gestoppt. Und hier hast du fast den Track ab. Das ist ... Fucking sick here. Ich bin happy. Sehr schön. Buenos dias, commenta. Ich sage auch, dass es sehr nice ist. Ich will das wirklich betonen. Und wir sind auch ein sehr gutes Team, das zu unseren Needs-Carregern führt. Nice. Findet einen Fehler. Schreibt es unten in die Kommentare. Ja. Ja. Jetzt machen wir irgendwie auch einen sexy Back-to-Back-Shot. In diesem wunderbaren, romantischen Licht. Das Intro. Du hast so schön müde Fins, bevor du das nehmen. Bam! Drei bereits. Wo ist denn der Kameramann? Oh ja. Oh. A dream. Simon. Anlegen. Es geht bald weiter für euch. Meine Herren. Wir machen jetzt noch den letzten Porno-Shot fertig. Nachher gibt es eine ganz kurze Zeitpause. Und hoffentlich sehr schnell ein Setup-Wechsel. für eine Haare-Show. Fahre. Ja. Das ist krass, gell? Leider ist jetzt das Back-Trop gerade nicht mehr. Annen. Damit wir das digital haben. Das wäre eigentlich super geil. Wenn ich mir so einen habe, dann hätte ich das Back-Trop nicht mehr. Falls ihr mal eine Band gegründet, wer das auch immer schaut. Ja, merci. Erstens habt ihr jemanden dabei, der noch anfächert. Zweitens macht ihr nicht so dämliche Outfits. Rrrrrr. Wir fahren meistens. Nein. Jetzt geht es Party-Haare auf der Bühne. Willst du gerade ein Tutorial machen? Ja, vor der Bühne? Nein. Wieso deine Haare machen? Ah, ja. Schau. Als Erstes nehmen wir die Haare. Und dann, wenn man diese hat, nimmt man sie mit einem starken Hang. Dort hat die Mott Gummeli dran. Dann ziehen wir das einmal drüber. Dann drehen wir es. Also wieder drüber. Dann kann man die Haare mit dem anderen Hang nehmen. Das ist ein Hack-Tutorial. Dann nimmt man die, die unten raus schauen. Hält für Dutt. Einmal rundherum. Nimmt es mit einem kleinen Finger oben rein. Packt es wieder. Zieht es ganz drum herum. Und stopft es oben rein. Dann hat man eine Messi-Bahn. Hier bist du nicht so weit. Aber wir sind jetzt fertig geworden mit Einzelshots. Jetzt gibt es eine kleine Umbaupause. Um dann den Gruppenschutz zu machen. Wir sind, glaube ich, jetzt in einer recht guten Zeit. Wir haben wahrscheinlich halb vier ein. Wir sind jetzt in fünf Stunden an. Also das ist schon länger. Und, äh... Comes a good way. Und du die Kamera ausrissst. Dann rissst du mich voll auf die Waffe. Guck mal, Herr Bühler. Dass er schön selbst ausgesehen und schön in die Kamera kann. Ich kann tauchen. Du... 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 Äh... Äh... Du... Du... So... Nein, so du, als würdest. So voll. Es ist wie... Schau die Gitarre an. Schau die Gitarre an. Schau die Gitarre an. Ja, klar. Ja, klar. Das funktioniert nicht. Ja. 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 Das ist gemein zu mir. Mann, ist gemein zu mir! Nein, wirklich. Lian stinkt. Jetzt habe ich... So schlimm, Mann. Und... Ich weiß nach dem... Lian fühlt sich beleidigend. Ja, er ist zu mir sehr angreifend. Du hast mich auch beleidigt, was du gesagt hast. Hau mir eine Beleidigung. Du hast jemanden, der niemand Frontal sieht. Ja, aber das ist mehr Wahrheit als eine Beleidigung. Sehst du, das ist rein. Weisst du, warum ich den, wo es abspritzen wird? Die nächsten Steps sind vor allem nicht. Wir machen jetzt die ganze Bände auf der Bühne, mit einem richtigen Licht. Und die ersten zwei Takes machen wir mit den zwei Hübschen im Fokus. Die zwei Hübschen, die dann hier stehen, sind beim zweiten Durchlauf im Fokus. Beim dritten Durchlauf im Fokus machen wir Els Simonos von hinten. Und ein Total. Total genial. Einfach noch mal weissgültig. Genau. Und dann ... Genau, genau, genau. Ist gut. Ja. 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 So in Position. Leon, für das sind wir zwei ein wenig genau rüber. Metallica schon auf den Ski installiert. Let's go! Lass uns auf den Terror, dass wir uns auf die Welt befinden. Die Foundation der Leben. Rage und all. Can't you see? Oh, can't you see? Rage und all. Rage shows me. Can't you see? Oh, can't you see?